welcome to chronys youtube channel leave your like yo wunderschönen gutenberg meine fröhlen spritzer kronys am start und ja mits geil absolut geil sind wieder auf hey case zurück ganz ganz wichtig gambling ist ab 18 das video ist gesponsert ich hoffe natürlich dass ich hier ordentlich gewinne im meisten fällen machen aber minus spielt nur mit kohle die übrig haben ganz ganz wichtig so wir haben hier einmal wenn ihr aufladet wenn ihr oben rechts drauf drückt balance promo code könnt ihr einmal chrony eingeben das ist fürs erste mal aufladen und solltet ihr öfters aufladen wollen könnt ihr chrony 15 eingeben dann kriegt jedes mal beim aufladen 15 prozent das natürlich eine leckere nummer wenn ihr da bock habt und kohle übrig habt wie gesagt wir werden auf jeden fall jetzt ordentlich rein ich glaube auch dass die größte case opening seite und die mit die geilste case opening seite die es so gibt wollte ich auch noch zeigen was ich hier gerissen habe und zwar hat mir den fall ja schon mal ein stückchen weiter unten hier das war ja letztes mal verliert ihr seht die maus 325 dollar dadurch setzte mal 30 dollar verliert habe eine kiste aufgemacht 325 dollar gezogen dann habe ich jetzt wieder 50 dollar auf gehabt und habe wieder eine premium case aufgemacht und habe diesmal eine aber für lightning cycle 150 dollar bekommen zweimal extrem plus gemacht zweimal habe ich leider nicht aufgenommen hoffe wir haben halt noch mal glück und jetzt ab in die kisten wir haben hier 350 dollar aufgeladen bekommen was für aktuelle zuschauer verhältnisse unglaublich krank ist wirklich unglaublich krank und ich kann das hier auch direkt auf crypto auszahlen ich kann natürlich auch die skins loszahlen wenn ich das möchte aber auf crypto ist natürlich für youtube um einiges geiler 350 dollar drauf und ich freue mich wirklich über jeden cent weil ich kann die kohle gerade in der natürlich auch corona krise gut gebrauchen arbeit leidet meine arbeit leidet etc blablabla deswegen wir freuen uns ja wirklich über jede 10 dollar die wir machen genug geredet genug geschnackte sind schon mal zwei minuten oder noch keine kiste aufgemacht jetzt kommt aber die erste kiste ich hoffe auch es packt nicht auch die blablabla lecker gewesen 10 dollar nur rausgeholt haben noch eine wir machen noch eine auf hat er einfach immer so ein verdammtes glück in dieser premium case wir machen auf jeden fall noch eine auf nein aber das weg immerhin vor 50 dollar wir machen noch eine auf es läuft die sind aktuell plus minus nur mit dieser kiste und ich habe davor extremst bloß gemacht 12 dollar kommen eine machen wir noch eine machen wir noch und dann suchen wir uns auf jeden fall eine andere kiste aus und soll wir haben schon 100 dollar weggezimmert weil wir vier solche kisten auch gemacht haben kaum bitte irgendwas krass ist auch die feier so lecker gewesen aber auch 27 dollar ok lecker 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 gucken uns jetzt noch ein paar andere cases an die premium case finde ich einfach weiß nicht warum aber da läuft es einfach 121 dollar für 400 dollar auch wenn wir mit 350 dollar absolut krankes gut haben bekommen haben was aktuell für die klicks sogar relativ unrealistisch hoch ist welche cases kosten auch 33 zoll aus ist denn hier drin patient da braucht man hier diese dinger die man zusammenfügen kann oder wie das mit zu heiß ich gehe hier oben mal in versus modus rein das ist so ein geiler modus und er ist hier so klein da oben verstehe ich nicht das ding sollte man definitiv mehr promoten schon hier einfach mal ein 3 dollar ding rein einfach damit ihr seht was es ist absolut geil hier ist dicker natürlich wirklich spammt wir sind hier ready jetzt abhört keine ist kein sound hier oben ist ja kein sound 1 oder 14 gerade nix okay ist was das natürlich knüppelhack gewonnen 3 dollar bettel 6 dollar hier so ein 5 dollar bettel auf ob da jetzt sound da gibt es auch voll viele icons schade dass es hier kein sound gibt ehrlich nicht bin ich sehr sehr schade nein nein macht die smiley weg ich will sehen ob ich gewonnen ich habe gewonnen okay toll super auf 50 cent plus gemacht das war natürlich nicht das gelbe vom ei ich liebe aber solche bettels ich würde auch ein großes bettel aufmachen aber dadurch dass es hier so wenig promotet ist ja aber auch hier die zahl 277 leute online das stimmt hier auch auf der seite ich mein 10 dollar ding aufmachen kommen wir machen mal create a battle wir machen einmal ein premium case oder ich dann verliere habe ich natürlich 25 dollar weg aber dann ist das so ach ne in die premium case hat scheint ewig lang keiner rein wir hätten eine zack great battle great battle bitte kommt da schnell einer rein ich hoffe ich muss jetzt nicht ewig warten das wird aber auch das größte battle sein was ich mache weil ich die kohle einfach komplett weg sein kann es gibt einen wichtigen grund warum ich die nächste zeit ist ein bisschen asche braucht deswegen welche kohle hier natürlich sinnvoll in anführungszeichen investieren es ist immer noch gesponsert aber ich möchte sie natürlich auch also sinnvoll ist es auf keinen fall allgemein alles was mit whiskey zu tun hat aber es soll ja natürlich auch ein bisschen spannend sein ja ganz klar ich möchte auf jeden fall nicht sinnlos verschwenden deswegen machen wir jetzt ein knackiges großes battle und ich würde sagen bis das hier los geht mache ich die seite noch mal auf und mache ja noch ein paar normale kisten können einfach mal die neue hier aufmachen das neue kissy machen wir drei mal auf gut er hat startet der ist schon gestartet okay komm komm eine kiste einmal glück haben bitte 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 irgendwas krasses ok wir haben gewonnen ja absolut gewonnen 40 dollar profit gemacht sogar nur mit unserem ding hätten wir plus gemacht die 10 dollar von dem war natürlich ein bisschen aber er cashback gekommen ist irgendwie 7,7 zurückbekommen bei so einem battle das ist wie lecker noch gucken ob wir noch eins finden aber hier gibt es keine großen leider auch sehr toll ja gut aber der war jetzt gerade eben gar nicht drin warum ist hier kein sound das macht mich sauer 13 dollar aus der vier dollar case aus der vier dollar es läuft heute ich freue mich wirklich ich freue mich mega genau wir wollten jetzt diese drei kisten hier aufmachen da kommt auch wieder der leckere sound die wir brauchen und dann haben wir immer noch 200 dollar drauf ich gucke mal was wir hier noch zu finden geiles video macht mir einfach echt extrem spaß auf den dollar ok wir haben 10 dollar aufgemacht und auch 10 dollar bekommen machen wir noch mal machen wir wie gesagt noch mal ach ok kacke ich habe vorher gar nicht geguckt kann auch sein dass wir gerade eben minus gemacht haben deswegen switchen wir jetzt mal die case erst blatt können wir auch probieren machen auch drei stück auf immer 195 dollar ist es so krank es fühlt sich an wie früher nicht ganz wie früher da hatten wir auf solchen zeiten auf hell case glaube ich sogar 800 oder 1000 dollar aufgeladen das war natürlich geisteskranke zeichen zeiten 18 dollar ok haben wir ein bisschen profit gemacht geben wir noch mal ein go mit zwei kisten aber es ist trotzdem sehr nah dran also 350 dollar wie in den letzten videos geht es einfach das freut mich alleine schon auch wenn ich da die hälfte minus macht dann ist das halt so dann ist das trotzdem über krasse sponsoring bin ich ehrlich das wisst ihr versteht das nicht ihr könnt auch mal in die kommentare schreiben was das mit diesem multi case ist hier auch wir probieren einfach mal ein paar dinge open nicht als 2 1 open ja warum kann ich es nicht öffnen was hat das damit auf sich ich verstehe das nicht bitte erklärt mir das wenn ihr die möglichkeit habt mir das zu erklären erklärt es mir unten in den kommentaren ich verstehe das nicht kleine chance auf zwei stück auf 18 dollar ich hoffe wir machen hier nicht allzu viel minus x machen finde ich auch geil dass du hier benachrichtigt bloß also wirklich hell ist die absolut geilste seite ever oh mein gott und noch so ein ding geholt alter geil hier oben bloß gemacht hier unten bloß gemacht btf abzug machen wir noch mal auf machen wir noch mal auf kein nix wie gesagt braucht die kohle wenn die wenn die kiste gibt dann gibt die kiste da bleiben wir drin da bleiben wir absolut drin wir haben sogar mit beiden dingern profit gemacht ich noch nicht noch nein bin trotzdem bei zwölfter ich muss es noch mal riskieren die kiste hat mich jetzt geht triggert eigentlich noch eine night case aufmachen aber diese kiste hat mich jetzt gefiltert mit dem absoluten profit immer noch ein live bitte 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 1 16 dollar ist auch okay ist auch okay brauchen wir nicht sagen wir machen sie noch mal auf wir machen sie einfach noch mal auf wir machen hier wenig minus und haben wir schon brutal viel plus gemacht 17 dollar auch wieder nur ein paar cent minus gemacht wenn man jetzt noch auf bis auf 50 dollar runter dann machen wir noch zwei premium kisten auf oh mein gott ist das geil schade sie gibt nicht mehr sie gibt nicht mehr aber trotzdem profit gemacht 19 dollar kann man absolut nicht sagen okay das wird wohl die letzte da sein bitte 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 noch einmal noch einmal geiles night oder irgendein night schade schade nicht viel minus gemacht okay egal war das noch zweimal die premium kiste auf absolut geisteskrankes ultra leckeres video auch einfach bock gemacht einfach einfach übertrieben bock gemacht und bitte jetzt hier noch aus geiles scheiße das würde ich 8 dollar das kritisch kritisch schlechteste zug dem wir bis jetzt heute gemacht haben direkt die nächste die letzte auch hinterher enttäuscht mich nicht premium case du kannst doch auch mal hier geben das war mal ich kritisch wir noch sechs dollar drauf und meine first black case auf und dann gucken wir mal dass ich hier insgesamt zusammengekriegt habe plus minus 0 409 dollar wir haben 60 dollar profit gemacht absolut geisteskrank lecker schmecker wirklich geil werde ich mir jetzt auf jeden fall gleich alles cash out all items überziehen direkt aus cash mit geil ich bedanke fürs zuschauen haut rein was ein geiles kommentar da würde mich echt freuen und bis bald